Wir haben grundsätzlich, ganz grundsätzlich... Frau Kollegin Nala, Ihre Redezeit ist abgelaufen, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident Samuel, ich bedauere das zutiefst, aber, aber... Im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist, bin ich durchaus der Meinung, dass wir eine Unterhaltung über die rechts- und innenpolitischen Fragen, die hier entschieden werden sollen, bei nächster Gelegenheit in einer etwas verständigeren Atmosphäre fortsetzen sollten. Mmmh! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.